Für mich gab es mehrere Gründe, weshalb ich meine Lehre hier angefangen habe. Zudem war das ein super Team, das ich hier schnuppern durfte. Es ist nicht nur ein grosser Betrieb. Die Betreuung der Lehrlinge ist individuell. Man kann seine Probleme verbessern und beheben mit den einzelnen Leuten zusammen, auch nach dem Arbeiten und alles. Es war sehr teamfreundlich. Wir sind der mittelgrosse Garagebetrieb mit einem sehr familiären Charakter. Wir haben kurze Entscheidungswege. Wir haben langjährige Mitarbeiter. Über die Hälfte der Belegschaft ist seit über 15 Jahren im Betrieb. Und etwas ganz Wichtiges, wir pflegen hier bei uns in der U-Kultur. Meine Kollegen aus anderen Berufsfeldern waren sicher darauf neidisch, wo die Autoprüfung das Thema war. Die Autoprüfung ist ein Bestandteil dieser Lehre. Darauf waren viele meiner Kollegen neidisch. Die Autoprüfung haben sicher Zukunft. Es bleibt sicher interessant und herausfordernd, was uns die nächsten Jahre bringen. Das ist schön an der Grundausbildung von einem Mechaniker, Fachmann oder Mechatroniker. Das ist eine fantastische Grundausbildung. Es gibt eine Generalistenausbildung. Und in der Schweiz sind die Grenzen offen nach oben. Es kann jeder alles machen. Das beste Beispiel war Herr Löbfi, der ehemalige Swissair-Chef. Der hat auch mal Automechaniker genutzt. Der hat auch mal Autoprüfung. Der hat auch mal Autoprüfung. Der hat auch mal Autoprüfung. Das ist ein ganzes Grundausbild. Vielen Dank.